Hallo ihr Lieben, ich melde mich bei euch aus Cave Creek, Arizona und ich möchte euch den nächsten Livestream ankündigen. Und zwar gibt es einen Neumond-Talk am 3. Mai um 20.30 Uhr. Das ist dann bei mir morgens um 11.30 Uhr. Und ja, da möchte ich euch aus Arizona begrüßen und wir wollen über den Eintritt von Lilith ins Zeichen Fische sprechen. Natürlich über die Neumond-Konstellation und außerdem lade ich die Mitglieder meiner ISA-Gruppe ein, sich bei mir zu informieren, was es bedeutet, Mitglied in der ISA der International Society for Astrological Research zu sein. Und vielleicht ist das für euch andere ja auch nicht. Ich hoffe, dass alles technisch klappt. Mein Computer hier ist ein bisschen langsamer, das Internet ist hier drüben in meinem Raum auch ein bisschen langsamer. Aber ich versuche es einfach. Ich werde einfach mal live online gehen und freue mich auf alle, die dabei sind. Und natürlich gibt es auch wieder eine Live-Beratung. Die verlosen wir dann in der Sendung, wenn denn alles klappt. Lassen wir uns mal alle gemeinsam die Daumen drücken, dass wir uns am 3. Mai um 20.30 Uhr in deutscher Zeit live über den großen Teich zwischen Amerika und Deutschland hier auf YouTube treffen. Würde ich mich riesig freuen. Schaltet einfach dann auf meinem YouTube-Kanal ein. Den habt ihr hoffentlich abonniert und wenn ihr dann dieses Glöckchen oben rechts bei Benachrichterungen drückt, dann bekommt ihr auch automatisch eine Benachrichtigung, wenn der Livestream läuft. Also, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.